Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Welt der Wunder Ich muss mir eine Holzaxt machen, bedauerlicherweise Oder habe ich echt keine Axt? Ne, ich habe echt keine Axt, wie es aussieht So, das hier will ich mal enthauten Nämlich das gefällt mir so im Laufe besser Ja, das gefällt mir auch besser Ja, mir gefällt es auch besser Gehle, geist sicher So, was könnten wir noch tun? Wir haben jetzt eigentlich gut alles verkauft Jetzt müssen die noch neue Kinder machen Jo, gerade wenn man vom Teufel spricht Hallo mein Kleider, bist du süß? Jo, wie du süß He, 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 he Mann, ich rede gerade miteinander Tauschen, glaube ich, gerade Angebote aus Ich habe zwar mit keinen von den beiden getradet Aber die sollten sich trotzdem lieben Ich höre da doch wieder was Alter, die labern ja richtig He, 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 he Achso, es ist gerade Meeting, oder? Jo, es ist Meeting Und der kommt hier nicht durch Ja, die Hitbox vom fetten Eisenrolem blockiert ihn Ach, scheiß drauf Wahrscheinlich eine Sache, die ich machen will Der Zombie auf dem Dach nervt Der, ich bin mir eigentlich sicher, dass er auf dem Dach ist Er ist nicht auf dem Dach Hätte ich nicht gedacht Obwohl, vielleicht ist er irgendwie im See drinnen Ah, es könnte vielleicht sein, dass er, ähm Einen Sekunde Also eben, gut, meine ich Es könnte vielleicht sein, dass er Oh, hier ist ein Zombie verreckt auf jeden Fall Weiß nicht wie, weil er ja im Wasser war Verstehe ich Hier ist, na, hier ist keiner drinnen Okay Eine Sache, die ich noch holen muss Zombie-Fleisch Stimmt, Zombie-Fleisch Habe ich keinen Platz mehr im Winter? Oder warum konnte ich das eben nicht aufsammeln? Doch, doch habe ich Nämlich, wir haben noch echt viel Zombie-Fleisch Und ich würde gerne noch den, ähm, einen Typen leveln Und er verkauft doch irgendwann Glowstone So, und das wird echt cool, wenn er Glowstone verkauft Oh, stimmt, das hier Habe ich auch noch verändert Da brauche ich eure Hilfe Soll ich die Fackel obendrauf wegmachen? Ich habe die mal kurze Zeit weggemacht Aber das sah irgendwie komisch aus Ich weiß nicht warum Das sah irgendwie komisch aus Wir bringen es hier runter, wenn ich auch irgendwann nochmal Ein, ähm, ähm Ich dachte, ich weiß nicht, da bin ich ein Ambros Warum auch immer Wenn ich auch irgendwann mal einen, äh Einen Aufzug runterbauen Also so einen Einfachen Wasseraufzug Der hat auf Höhe 12 führt Oder ungefähr auf Höhe 12 Vielleicht so ungefähr auf Nee, das ist noch nicht die Höhe Auf die ertrunkenen Spawnhöhe Ich meine, ja, da Ich habe auch übrigens rausgefunden, ne Könnte das vielleicht sein, dass auf Höhe 12 Ähm, oder die haben das abgedatet Oder, ja, oder es könnte sein, dass auf Höhe 12 Ähm, Zombies, ähm, mit Helmen spawnen Das hatte ich nämlich auch beobachtet Okay, darauf habe ich jetzt gar kein Wort ertrunken Also der ertrunken Spawner, der funktioniert echt verdammt gut Aber er ist echt so gefährlich, Alter Er ist echt so gefährlich Stimmt, ich hatte Yannick noch einen anderen Ich hatte Yannick noch einen zweiten Zombiespawner gemacht Weil das jetzt ja ein entrunkener Spawner ist Also ein Dreizack-Farm Oder unten ist so einer, einer Äh, ich hätte Yannick noch einen zweiten Zombiespawner gebaut Also einen zweiten Zombiespawner, dass er auch farmen konnte Was soll ich denn noch einmal zahlen? Ach stimmt, ich wollte die, ähm Ich wollte das für mich vielleicht aus der Kiste holen, ne Jo, ja, ist ja auf jeden Fall etwas Dann kann ich jetzt beiden ein Oh, scheiße, hier ist kein Platz mehr Ja, dann gucken wir mal das so rein Oh, vielleicht noch Pflastersteine brauchen die Jetzt auf jeden Fall noch was Das sind doch, ich darf dich noch schnell den hier mit Den kann ich auch irgendwie hinstellen Dann können wir wieder wenigstens rummotzen Legen keine Jobs mehr So, ich habe nochmal schnell Brot gemacht Weil, weil ich halt kein Essen mehr habe Weil ich echt noch viel Weizen hatte im Emitter Und nicht zwei, also ein Stack und Irgendwie 6 mit 24, äh Und da, ne, ja 24 so ungefähr Und das nimmt halt auch Platz weg Deswegen habe ich jetzt nur noch 25 Ich kann auch mal gucken, was der, was der Schäfer so tauscht Wir haben Wolle, eigentlich relativ viel Und dann, ja, und weil wir, und weil wir jetzt relativ viel Wolle haben Äh, können wir vielleicht auch ein bisschen was verkaufen Oh, der arme Kerl, der kommt ja nicht Der will jetzt so gerne in sein Bett, aber der kommt ja nicht durch, weil der Eisenbrüder ihn blockiert Okay, cool Gutes Geschäft Oh, lol Du kannst das nicht scharf erstmal nutzen Da sind wir tatsächlich irgendwo auf dem Dach, tausend Brüder nicht Alter, der blockiert hier so, die, die blockiert hier so Okay, ich kann nicht mehr schlafen Das war aber wahrscheinlich sein Bett, glaube ich Alter, jetzt gleich geht über die Morgenhygiene los Die Morgenhygiene? Okay, du musst das neu generieren Und das Smaractors Hier wollen, wollen, kleine Kuhis Die Kühe kann ich jetzt ein paar abschlachten, weil Ich will eigentlich, lol, eigentlich noch ein Kind Ach, da drüben Oh, mit einer schon Ich will hier was ganz besonderes machen Nämlich, ich habe auf dem Weg, als ich die Glocke geholt habe Die Glocke, woher kommt die eigentlich? Hier habe ich nicht unten vom Wildscherdorf Also von uns zu einem alten, verbackten Wildscherdorf geholt Die Glocke, die kommt Er stimmt, der eine Typ müsste jetzt neue Smaract haben Die kommt von den ganz alten Wildscherdorff Also von den, ähm, von den, ähm, Wildscherdorffs, was so übel im Arsch war Was wir gefunden haben Ach komm, Alter, der, also heute, der würde nur blockiert, die ganze Zeit nur Der arme Kerl, der kommt gar nicht zu seinem Job Also, es müsste ja nur noch gearbeitet haben, oder? Ja, nur noch gearbeitet, scheiße Okay, äh, auf jeden Fall die Glocke kommt Und, ähm, auf dem Weg dahin, ich habe immer Knocheninventar Gerade jetzt, ob ich so unsere Klinik nicht mehr, keine Ahnung warum Aber hier so normalerweise immer Knocheninventar Und dadurch habe ich halt Hunde gefunden Und zwar nicht weniger Ich war zwar gestorben auf der Reise, ähm, nach Hause Aber ich habe noch so drei, vier, oder zwei Hunde Ich kann nicht verlieben Oh, das ist ein Fakt Ich kann nicht verlieben, wie gesagt Das ist jetzt einer von denen Der hat sich irgendwie hinterher gebrodet durch den Back Keine Ahnung, wie er das schon mal wieder geschafft hat Die sind alle in meinem Zimmer drin Ich habe ja gerade Kühe ermordet Stimmt, hier ist ja auch Tommy vielleicht Ich brauche gerade keine Kühe zu ermorden Habe ich jetzt mal, ja, ich habe das Fleisch von den Kühen eingesammelt Wacht schon Die, die, äh, die Schuhe ist in der Oh, stimmt, ich habe nochmal verzaubert Aber das habt ihr nicht gesehen, glaube ich Ja, das hier habe ich verzaubert Und den Helmi, das ist mein alter Helm mit Feuerschutz Aber die Schuhe hier, ähm, da hatte ich zur Zeit nichts Gutes auf den Diaschuh, ne? Deswegen habe ich die einfach nicht verzaubert Ich bin eben noch für Level 30 und ich glaube, das wird auch eine Zeit lang so bleiben, weil ich gerade auch nicht kann Oh, Mann, ich würde hier das eine da gelassen, nämlich da habe ich noch ein Loch So, aufstellen, antreten, ne? Du einmal und dann du Endfall Oh Daneben nicht Platsch Da müsste jetzt ein Hundebaby rausgekommen sein, bevor da jemand runter klatscht Der Hund kommt bestimmt gleich wieder hoch Jetzt habe ich nur ein Problem, ich, jetzt habe ich kein Oh, also, okay Jetzt sind die aber cool da und leider Deswegen geht das jetzt leider nicht mehr Einmal, jetzt habe ich Hunde verliebt Okay, ich nehme euch jetzt mein, mein ganzes Leben lang wahrscheinlich mit Einmal zum Schutz Einmal zum Schutz für mich Weil ich keinen Bock habe noch auf zu sterben Oh stimmt, das hatte ich hier zugebaut Hat dann auch noch eine Axt geklopft mit einer Holzaxe Übelarm Ich glaube, jetzt ist es fast schon besser mit Hand abzubauen, das Holz Okay Ich sehe das ja im Chat, wenn ein Hund stirbt Ja, da haben sie alle geportet So, die können mich jetzt alle beschützen Das ist cool Ah, die Katzen Ja, und nicht auch Katzen Auf jeden Fall und Katzen glaube ich schluss von unten Dann müsste ich jetzt noch eine Smarktel generiert haben Hat er auch Easy one pass Smarktel Einmal, ne, ich kann keinen mal, okay Bald ist er nächstes Level Oh, ist er aber schon nächstes Level Was will er, was will er? Okay, für vier, ah ja, das geht Ist nicht das Beste, okay, ja, das ist mit der Hasenfoden, das ist echt kacke Muss ich gestehen Das bringt echt, echt viel Gold fürs, fürs Marktes ist auch nicht so geil Das mit dem Larkis ist relativ cool Mache ich einmal, glaube ich Warum mache ich das genau? Ey, der will irgendwann XP-Flashen verkaufen Ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich genau mache Ich sollte eigentlich mal das Markte für den, ähm, für den, ähm, für den, ähm, für den Panzermacher ausgeben Ich bin gar nicht sicher, warum ich das überhaupt mache Kann ich noch nicht, gell? Nein, noch kein, nur nicht genug Leder, um mit denen zu traden Äh, oh, das war ich gar nicht Äh, Panzermacher Lol Ach, der Typ ist einfach dumm Ab und zu Wo ist der Panzermacher? Da ist er, oh, Herzinfarkt Ich habe ihn nicht mehr gefunden Ups Du bist auch noch da, das ist cool Bleibst du mal hier, Junge Jungschen Hüppst du mal hier, Junge So, mal kurz getradet Das bringt auch relativ viel, das Eisen Aber wir haben halt echt wenig Eisen Das Schild bringt Essen sehr viel, aber es ist halt scheiße teuer, das Schild Der Ofen, Alter, ist vorher ruhig so Und den kommt mal alle Ich habe ein bisschen Eisen für euch Das geht jetzt immer noch klein, glaub Ne, doch Hä? Weil da habe ich vier Hunde Du kannst mit den machen Und du kannst mit den machen Ich werde mich hier eine richtige Hundearmee aufstellen Die werde ich dann zwar für Minenturnen und so hinsetzen Auf jeden Fall Aber ich werde eine richtige Hundearmee haben Eine richtige Hundearmee Ist Meeting Ja, es ist Meeting Und irgendwie sind das wenige Villager Kann sein, dass sich ein paar verirrt haben Aber das macht mir irgendwie Angst Hier war noch ein Farmer irgendwo Der wird mich hier auch gleich antreten, ne? Der hat, ah, ja, das sind relativ... Ey, Fischer finden halt nicht so oft, ähm, zum Meeting Und da ist noch... Ja, da ist noch einer, der hat, glaube ich Ja, da sind noch ein paar die gehabt und haben das Meeting auch gar nicht angenommen Oder sie kommen einfach ein bisschen später Da ist der Farmer auf jeden Fall Blockieren sich hier ein bisschen in der engen Gasse Das ist nicht so geil Ich könnte das hier ein bisschen frei machen, aber Können auch einfach außen rum gehen, die Freitur, also wirklich Okay, es sind doch ein bisschen viele Also es sind doch relativ viele Ja, okay, jetzt, ich nehme ihn zurück Es sind zwar nicht alle, aber... Es sind nicht so viele, aber... Es sind schon relativ viele Könnt ihr wieder... Könnt ihr wieder? Seid ihr wieder bereit? Oh, ihr seid echt wieder bereit, lol Wie schnell geht das bei Hunden, ne? Ging das immer schon so schnell? Hallo? Ja, da haben sie sich gefunden, ne? So... Alter, habe ich jetzt schon eine Hundearmee Das ist echt krass Asst Wie. Wow. Wie. Wie an Seine meine Hunde. Wie. Wie. Bis zum nächsten Mal.